Musik Hey, Lieben! Heute fällt es mir irgendwie schwer zu sprechen, aber betet dafür, dass Jesus die Gedanken lenkt und einem jedem Einzelnen doch was mitgeben könnte. Nicht durch uns, die wir hier oben stehen, sondern durch sein Wort und durch das Reden seines guten Heiligen Geistes. Das Thema für heute Abend habe ich einfach überschrieben, Jesus nachfolgen. Ich hatte im Urlaub ein Buch gelesen, ein älteres Buch von dem Missionar Josef Krebs, der in Südamerika gewirkt hat. Und der schreibt über seine Erfahrungen, seine Erlebnisse in Südamerika. Und da ist irgendwie mir vieles aufgefallen und dann habe ich das versucht oder mich selbst geprüft und gefragt, wie ist es mit mir persönlich? Da ist mir aufgefallen, da war ein Hunger und Durst unter der Bevölkerung, nicht nur unter den deutschsprachigen Menschen oder Geschwistern, sondern auch unter der Bevölkerung nach dem Wort Gottes. Dann ist mir aufgefallen, dass die Geschwister in der Versammlung hatten, wie wichtig das für sie war. Sie hatten in Anführungsstrichen andere Probleme oder andere Strapazen natürlich. Das Leben da war, ich sage mal, in unseren Augen heutzutage viel schwieriger, körperlich gesehen. Viel härter. Das Land wurde aufgebaut, der Dschungel wurde gerodet. Alles musste irgendwie neu aufgebaut werden, neu aufgerichtet werden. Und mir ist aufgefallen, immer wieder, wenn die Geschwister oder die Menschen dort dann zu den Gottesdiensten, zu den Versammlungen eingeladen wurden, da haben sie einfach, man liest öfters, obwohl sie einen schweren Tag hatten, der Bruder schreibt, in der Erntezeit wurden Versammlungen, Abendversammlungen anberaumt. und die Prediger dort hatten Bauchschmerzen, ob überhaupt jemand kommen wird. Aber Gott hat den Menschen dort so einen Hunger und Durst geschenkt, dass die Städte sich füllte. Sie haben sich oft auch in Stubenversammlungen oder in Häusern versammelt. Und es kamen so viele, dass der Raum einfach zu eng wurde. Und dann berichtet der Bruder, welche Strapazen sie nehmen mussten, um zum Gottesdienst, um zu einer Versammlung zu kommen. Manchmal durch den Dschungel oder manchmal gar nicht möglich, durch den Dschungel zu fahren, sondern stundenweise einen Umweg zu machen. Und dann, welche Kosten sie erwägt haben und wie wichtig ihnen doch die Nachfolge dann war. Und ich habe mich selbst gefragt, wie wichtig ist für mich die Nachfolge. Folge ich Jesus so nach, wie er das möchte? Wie er das sieht? Oder wie ich oder wie wir uns das zurechtgelegt haben? Ja, wie sieht unsere Christus-Nachfolge aus? Haben wir überhaupt schon den Ruf der Nachfolge schon vernommen? Wie haben wir darauf reagiert? Jesus, jemand hat mal geschrieben, Jesus sucht nicht nach Kindern, Jugendlichen oder Männern und Frauen, die ihm ihre freie Zeit und vielleicht das Wochenende oder vielleicht die Zeit, wenn man in Rente geht, widmen kann, sondern er sucht solche, die ihm den ersten Platz in ihrem Leben einräumen wollen. Ewan Hopkins schreibt, er schaut heute noch, wie er das schon immer getan hat, nicht nach den Massen, die seinem Kielwasser dahin treiben, sondern nach einzelnen Männern und Frauen, deren nicht sterbende Hingabe daher rührt, dass sie erkannt haben, dass er solche braucht, die bereit sind, den Weg der Selbstverleugnung zu gehen, den er, also Jesus, uns voranging. Ja, was bedeutet Nachfolge? Nachfolge bedeutet hinter mir her. Oder das buchstäblich hinterhergehen des Schülers hinter seines Meisters. Nachfolge heißt als Jünger, also als Jünger sein. Nachfolger sind oft Schüler. Ich habe eine Geschichte gehört von früher. Da waren die Schüler in der Schule beim Rabbiner und sie haben ja die Tora gelernt, die auswendig gelernt, die fünf Bücher, Mose. Und bevor sie dann gelernt haben, hat der Rabbi, also der Lehrer, der Meister, Honig mitgebracht und ihnen immer ein bisschen oder Honig gegeben und dann diesen Vers aus Psalm 119, 103. Dein Wort ist mehr süßer als Honig. Und dann haben sie das gelernt. Und diese Schüler haben geschmeckt, wie das Wort ist und es hat ihnen Spaß gemacht zu lernen, denn sie wollten so sein wie der Rabbi, wie der Meister. Ja, Nachfolge heißt doch eigentlich viel mehr, oder? Nachfolge heißt Hingabe. Wie wir gelesen haben im Einleitungswort, Nachfolge heißt alles verlassen und wem. Nicht irgendjemand, sondern Jesus nachzufolgen. Nachfolge heißt sein Ich, ihm, seine Wege, ihm anzuvertrauen, die er uns führt und Nachfolger oder Nachfolger haben immer ein Ziel. Und diese Nachfolge führt immer zum Ziel. und dieses Ziel ist ewig. Und das wünsche ich uns, dass unsere Nachfolge in diese Ewigkeit mündet. Lasst uns zu unserem Textwort gehen. Wir haben aus Lukas 5 gelesen und ich werde jetzt nicht auf den Fischzug und so weiter eingehen, sondern hier auf die letzten, auf den letzten Vers. Und da steht und sie, also Petrus und Andreas, Jakobus und Johannes, und sie brachten die Boote an Land, verließen alles und folgten ihm. Vers 27 Und danach ging er also Jesus hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zoll sitzen und sagte zu ihm, folge mir. Da verließ Levi alles, stand auf und folgte ihm. Das ist doch irgendwie radikal, oder? Da verließ er alles, stand auf und folgte ihm. Wie würden wir heute reagieren, wenn Jesus zu uns kommen würde und sagen würde folge mir nach. Oder er würde uns fragen, folgst du mir wirklich? oder warum folgst du mir nach? Wie kostbar, wie wertvoll ist diese Nachfolge für uns? Und ich glaube, Jesus möchte diesen radikalen Schritt und ich denke, die meisten von uns haben diesen Schritt getan und gewagt. Wir lesen hier von Levi, er verließ alles, seinen Beruf. Bei den Fischern war es sehr einfacher. Sie konnten ja wieder zurückkommen und konnten ja wieder fischen. Beim Zöllner war es schon viel schwieriger. Es war ein beschwerlicher oder ein weiter Weg, um dahin überhaupt eine solche Stelle zu bekommen, um überhaupt diese Stelle zu bekommen, zu behaupten und auch aus zu üben. Und wenn diese Stelle besetzt war, dann war es sehr schwierig, da wieder zurück zu kommen. Doch von Levi lesen wir, er verließ alles. Es war ein ganzer Entschluss und er hat es nie bereut, da, wo eigentlich seine ganze Sicherheit war. Aber dieser Ruf, folge mir, das hat ihm mehr Sicherheit gebracht. Ich glaube, das war dieses Sehnen, dieses Beben im Herz, in der Seele, weil er schon viel von Jesus gehört hat. Da ist er am Zoll, sage ich mal, oder am Marktplatz, aber auch am Zoll sind oft die Informationen zusammengeflossen. Das war die sogenannte Poststelle früher. Er hat viel gehört von Jesus, das glaube ich, und er hat ein Sehnen und eine Sehnsucht danach bekommen, obwohl er einen sicheren Job hatte. Er hat nicht gefragt, ob er noch einen besseren Job kriegt, eine höhere Lohngruppe, ob er die Karriere weiter hochgehen kann. Nein, er hat abgewogen, er hat nicht mal abgewogen. Er war sich felsenfest sicher. Dieser Jesus, dem möchte ich nachfolgen. Ich möchte alles lassen. Und er hat wirklich alles gelassen. Und das heißt Nachfolge. Und das war nicht ein Entschluss Ja, aber, sondern das war ein Entschluss fürs Leben. Lasst uns dafür beten, dass noch viele Seelen diesen Entschluss ausfassen. Die Seelen, die ihr Glück, ihre Karriere, ihre Ehre, ihren Lebenssinn in verschiedenen Dingen suchen. Dass sie ihr Herz Jesus öffnen und diesem Reden folge mir nach. Ja, Jesus möchte in diesen radikalen Schritt, er möchte, dass wir unser Leben ganz in seinem Dienst stellen. Nachfolge heißt auch dienen. Und da hat uns Jesus das beste Beispiel gegeben, wie er gedient hat. Doch das ist ein Thema für sich. Was sagte Jesus selbst über die Nachfolge? Lass uns aufschlagen. Matthäus 16, Vers 24. Wir kennen diesen Vers. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst, und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Will mir jemand nachfolgen? Also, es hängt von diesem Wollen ab. Wir müssen diese ganze Entscheidung, diesen ganzen Entschluss fassen. und wir müssen ganz in dieser Nachfolge stehen und nicht hin und her hinken, wie wir oft lesen, oder nach rechts oder links schauen, oder zurückschauen, sondern auf Christus hingen, auf ihn, der diesen Weg für uns gegangen ist, der sich selbst verleugnet hat. Der verleugne sich, was heißt das für uns? Ist das nur unser Ich? Das ist nicht nur unser Ich, sondern das ist unser Sein. Jemand hat mal geschrieben, mit seinen sündigen Trieben und Neigungen, also dieser alte Adam, diese alte Eva. Denn Jesus möchte ja das Sagen in unserem Leben haben. Und wir müssen dieses Ich verleugnen, dieses Ich kreuzigen. Und dieses Ich darf keine Ansprüche und keine Rechte in unserem Leben haben. Verleumdung bedeutet völlige Hingabe. Hören wir nicht oft meine Kinder, mein Haus, meins, meins, ich, ich? Ist das nicht oft? Die Predigt oder die Welt predigt, die Schulen, die Unis predigen Selbstverherrlichung, Selbstsicherheit, Selbstverwirklichung und was predigt Jesus uns? Selbstverleugnung. Also diese, wie wir an Jesus sehen und zu Ostern gesehen haben, diese Selbstlosigkeit, diese Aufopferung, dieses Opfer, was er für uns, für mich und für dich gebracht hat, diese Uneigennützigkeit, diese Zuvorkommenheit und diese Selbstüberwindung. Wie ließ er sich doch beleidigen, verschmähen, verspotten, wie schwer war für ihn der Weg und er sagte, nicht mein, also nicht ich, nicht mein, sondern dein Wille geschehen. Er ließ sich schlagen und er schallt nicht, lesen wir, er war stumm wie ein Lamm. Falsche Anschuldigung, falsche Verleumdung und er war stumm wie ein Lamm. Dietrich Bonhoeffer schreibt, wenn einer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Wie Petrus in der Verleugnung Christi sagte, ich kenne diesen Menschen nicht. so soll der Nachfolgende zu sich selbst sagen. Selbstverleugnung kann niemals aufgehen in einer noch so großen Fülle einzelner Akte der Selbstvermachtung oder Aztekischen Übergabe. Es heißt nicht Selbstmord, weil auch hier noch der Eigenwille des Menschen sich durchsetzen kann. Selbstverleugnung heißt nur Christus kennen, der vorangeht und nicht mehr den Weg, der uns zu schwer ist. Selbstverleugnung sagt wieder nur, er geht voran, halte dich fest an ihm. Verleugnen heißt nein zu sich selbst. das Kreuz heißt nein zu der Welt. Jesus sagte, er verleugne sich selbst und nehme das Kreuz oder sein Kreuz auf sich. wie ist es mit diesem Kreuz in unserem Leben? Damals musste ja hat Jesus buchstäblich dieses Kreuz durch die Straße getragen und alle Augen waren auf ihn. Die Menschen waren auf ihn. Und hier müssen wir auch ansetzen. Auch wir müssen bereit sein, manches belächeln, manches falsches beurteilen, manches Kreuz auf uns zu nehmen. Das Kreuz fragt Jesus für dich und für mich. Und dieses Kreuz, das wurde ihm zu schwer, nicht das eigentliche Kreuz, das ungefähr oder bis maximal 100 Kilogramm wog, sondern unsere Sünden, unsere Übertretung, unsere Schuld, das wurde ihm einfach zu schwer. Sind wir bereit, dieses Kreuz auf uns zu nehmen? Wie in Deutschland haben wir denn überhaupt Kreuze zu tragen? In Nordkorea die Christen, wenn die eine Bibel haben oder wenn sie sich versammeln und erwischt werden, dann müssen sie ins Arbeitslager oder in den arabischen Ländern kommen sie ins Gefängnis oder werden teilweise gekreuzigt und so weiter. Das Kreuz kann für ein oder für manche von uns ein schweres Leid sein. Es ist nicht das Kreuz Jesu gemeint, denn er hat das ja schon getragen für dich und für mich und er wartet dort am Kreuz dass wir alles was wir mit uns schleppen dass wir da ablegen können und manchmal müssen wir uns bewusst sein kann dieser Preis auch für uns diese Nachfolge schmerzvoll sein manchmal müssen wir uns was anhören warum machst du nicht mit warum trinkst du nicht mit was ist mit dir oder die Nachbarn sind neidisch und machen uns das Leben schwer was man so vor einigen Geschwistern gehört das kann auch ein Kreuz sein doch es gibt auch heute noch Fälle bei uns hier in Deutschland Menschen entscheiden sich für Christus und sie werden von der Familie ausgegrenzt das ist das Kreuz Philippa 1 Vers 29 lass uns das kurz aufschlagen hier schreibt Paulus denn euch ist im Hinblick auf Christus aus Gnade gegeben worden nicht nur an ihn zu glauben sondern auch um seinet willen zu leiden Galater 2 Vers 19 denn ich bin durchs Gesetz für das Gesetz gestorben damit ich für Gott lebe ich bin mit Christus gekreuzigt haben haben unser eigenes ich haben wir alles gekreuzigt haben wir alles am Kreuz abgelegt Galater 5 24 die aber Christus angehören die haben ihr natürliches Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden gekreuzigt das Kreuz tragen heißt sich nicht wegducken wenn gegen Wind kommt sind wir bereit ihm zu folgen wenn es auch für uns ungemütlich wird wir singen in dem einen Lied vielleicht können wir das auch zum Abschluss dann singen Jesum folgen alles lassen 320 ist das da singen wir froh das Kreuz für Jesus tragen was brauchen wir mehr wenn wir wissen dass Jesus unsere Sünden ans Kreuz getragen hat dass er für uns gelitten hat dass er auferstanden ist und dass wir jetzt einen Fürsprecher einen Mittler haben der für uns beim Vater einsteht lasst uns nur Jesus nachfolgen Petrus schreibt wir haben alles verlassen oder er spricht das aus und sind dir nachgefolgt ich muss abkürzen Jesus sagte meine Schafe also Nachfolge ist eigentlich noch viel mehr meine Schafe sagte Jesus hören meine Stimme und sie folgen mir hören wir seine Stimme also Nachfolge heißt auch hören Nachfolge heißt wie wir am Anfang gesagt haben alles übergeben die Schafe sind oft orientierungslos oder sie sind orientierungslos der Hirte geht voran der Hirte guckt nach der passenden Weide der Hirte sucht eine passende Stelle zum trinken der Hirte schaut aus ob auf dem Feld irgendwelche vielleicht giftige Pflanzen sind wenn er da giftige Schlangen oder irgendwas sieht dann vertreibt er das ist ein Bild für uns denn wir haben einen Hirten und wir dürfen ihm folgen wir kennen seine Stimme und ich glaube das ist heute ein Problem für uns wir hören so viel oder wir auf uns stürmt so viel ein sei es in der Schule im Beruf dass wir dass unser Ohr nicht so empfänglich ist für sein Reden lasst uns dafür beten dass Jesus dass Gott uns geöffnete Ohren schenkt und dass wir seine Stimme verstehen dass wir seine Stimme unterscheiden können und dass wir dieser Stimme folgen und dass wir unser Leben ihm immer wieder anvertrauen denn er gibt uns Orientierung er ging ja den Weg schon voraus zuvor Nachfolge heißt in ihm bleiben das hat Helmut am Anfang erwähnt nicht nicht umsonst sagt Jesus bleibet in mir und er bringt oder zeigt uns auch dieses Beispiel vom verlorenen Schaf weil dieses Schaf auf ihn nicht gehört hat weil dieses Schaf vielleicht klüger war oder einfach neugieriger war oder einfach selbst den Weg gewählt hat sich selbst entschieden hat nicht Jesus nachzufolgen sondern dem Feind dem Widersacher dem Teufel wir können in der Nachfolge gibt es keine graue Zone es gibt kein vielleicht entweder wir folgen Jesus nach oder wir folgen dem Teufel nach Nachfolge das heißt bleiben in mir sagt Jesus bleibt in mir Nachfolge ist Bindung an Christus weil er Christus ist allein weil der Sohn Gottes Mensch wurde weil er Mittler ist ist Nachfolge das rechte Verhältnis zu ihm hat jemand mal gesagt Nachfolge ist gebunden an den Mittler und wo von der Nachfolge Recht und wo von der Nachfolge Recht gesprochen wird dort wird der Mittler Jesus Christus von dem Sohn Gottes gesprochen nur der Mittler der also der Mittler des der Gottes Mensch kann kann in die Nachfolge rufen in Erste Petrus 2 21 22 da lesen wir denn dazu seid ihr berufen weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat damit ihr seinen Fußspuren folgt in einer anderen Übersetzung heißt es seinen Fußspuren nachfolgt und das ist unsere Aufgabe da wo der Hirte hingeht da dürfen wir ihm folgen da sind wir geborgen Nachfolge hat was mit Einssein mit Christus hat was mit Geborgensein zu tun da sind wir geschützt da haben wir Orientierung und da haben wir ein Ziel ich komme langsam zum Schluss wenn wir die Emmaus Jünger die Geschichte der Emmaus Jünger betrachten da sehen wir wie mutlos wie zerrissen sie nach der Kreuzigung Jesu waren wie sie vieles einfach nicht verstanden haben nicht einordnen konnten und einfach dabei waren aufzugeben und dann begegnet ihn Jesus und er gibt sich ihnen zuerst nicht zu erkennen er legt ihnen die Schrift aus er befreit sie von ihren dunklen Gedanken von ihrer ziellosigkeit von ihrer mutlosigkeit und so weiter und führt sie schritt für schritt und zeigt sie wie Christus zeigt ihnen wie Christus den Weg gegangen ist und dann ist er mit ihm dann bricht er das Brot und dankt und dann gehen ihnen die Augen auf und dann lesen wir brannte und dann verschwindet Jesus verlässt er sie und dann lesen wir von den Jüngern die sagen brannte nicht unser Herz und das wünsche ich uns dass unser Herz brennt brennt für Jesus brennt für die Nachfolge und nachdem Jesus ihnen das alles gezeigt hatte und ihnen selbst sich gezeigt hatte hatten sie wieder eine Perspektive im Leben und die Nachfolge Jesus Nachfolge ist nicht perspektivlos Jesu Nachfolge mündet in der ewigen Gemeinschaft die wir einmal mit ihnen genießen dürfen und zum Schluss stelle ich uns einfach nochmal die Frage wie am Anfang wie kostbar ist für mich die Nachfolge wie viel Zeit wie Mühe welche Kosten verwende ich dafür und ich stelle nicht nur euch die Frage sondern mir persönlich was ist mir diese Nachfolge wert denn Jesus hat hat alles getan er hat sein Leben für dich und für mich gegeben er konnte nicht mehr tun und was tun wir für ihn was tust du für ihn Jesus Nachfolgen hat viele Facetten und die Bibel zeigt uns sehr viel es gibt viele Hindernisse die die Nachfolge behindern können wir sehen den reichen Jüngling und so weiter Wir sehen viele Beispiele wo Jesus sagt mache den ganzen Schritt lass die Toten ihre Toten begraben lass die Welt mit ihren Lüsten lass die geistlich Toten entscheidend ist Nachfolge ist auch Liebe Jesus versagt verlass Vater und Mutter und folge mir nach und so können wir weiter fortsetzen Nachfolge heißt auch dass wir Christus erkennen und dass wir ihm gerne folgen und lasst uns dafür beten dass wir auch da in unserer Nachfolge zunehmen dass wir in der Nachfolge wachsen und dass Jesus uns selbst wichtig macht und groß macht wie entscheidend dieser Entschluss zur Nachfolge und wie entscheidend ist das Bleiben das Wachen und das Beten und das Treu sein ist in der Nachfolge Amen und das das B S